Wissenschaftliches Arbeiten heute ist ganz häufig Gegenstand einer Berufstätigkeit. Fast niemand betreibt Wissenschaft heute als Amateur oder als Laie. Wir alle versuchen damit Geld zu verdienen. Das heißt, wir alle sind in Situationen, wo wir für das, was wir tun, bezahlt werden. Und wenn und weil wir bezahlt werden, entstehen daraus Interessensgegensätze, die ich ganz am Anfang schon mal erläutert habe. Insbesondere entsteht der Interessensgegensatz, dass ich als Forscher auf der einen Seite damit Geld verdienen möchte und auf der anderen Seite allerdings auch die eigentliche Währung der wissenschaftlichen Arbeit ja die Reputation ist. Ganz viel von dem, was wir tun, tun wir nicht nur deswegen, weil wir bezahlt werden. Wir verzichten häufig auf viel Geld, weil wir stattdessen was anderes wollen. Wir wollen Impact produzieren, wir wollen geliebt werden, wir wollen anerkannt werden. Und auf der anderen Seite gibt es aber immer auch jemand, der uns bezahlt. Das ist die Universität, das ist die Forschungseinrichtung, das ist das kommerzielle Unternehmen. Und die haben zwar auf der einen Seite häufig auch noch das Interesse, geliebt zu werden, aber bei denen ist sozusagen das Individuelle, das Kreative, das Weiche an dem, was wir tun, geringer. Und da gibt es unmittelbare, kommerziell verwertbare Interessen und Ziele. Und dieser Gegensatz mag jetzt der Gegenstand unserer jetzigen Einheit sein, weil man, wenn man bezahlt forscht, immer mitbedenken muss als Gesetzgeber, wie auch als Individuum, wie man diesen Interessensgegensatz, wenn es einen gibt, ausgestaltet. Und dazu muss man sich zunächst einmal ein bisschen näher ansehen, was eigentlich Forscherinnen und Forscher tun, wenn sie forschen. Und sie produzieren dabei Inhalte, grob gesprochen, indem sie andere Inhalte verwerten. Sie tun das allerdings in sehr unterschiedlicher Weise und sie generieren dabei unterschiedliche Inhalte. Man kann also nicht einfach so sagen, es entsteht irgendetwas, sondern es entstehen eben unterschiedliche Formen von etwas. Es entstehen Daten, es entstehen Informationen, es entstehen Werke, es entstehen Erfindungen. Und jedes dieser Worte, das hier steht, ist gleichzeitig ein Stichwort für ein bestimmtes Rechtsgebiet oder für eine bestimmte Form, mit diesem Phänomen juristisch umzugehen. Und diese Formen sind verschieden. Bei Daten geht es regelmäßig auch um Datenschutzrecht. Bei Informationen geht es um Informationsfreiheit, Informationszugang, Public Access und ähnliche Themenbereiche. Bei Werken geht es klassisch um Urheberrecht und bei Erfindungen geht es um Patentrecht. Und wenn ich heute als Forscher oder als Forscherin jetzt irgendetwas produziere, also zum Beispiel ein Buch, ein Video, einen Blog-Eintrag, also irgendetwas, was man in der Welt sieht, dann kann das, was da produziert wird, auf Grundlage von Daten, Informationen, von Werken, von Erfindungen entstehen. Und in all diesen Bereichen triggert das dann unterschiedliche Rechtsgebiete. Alle diese Rechtsgebiete haben allerdings eines gemeinsam, nämlich, dass das, worum es eigentlich geht, nicht physisch vorhanden ist. Wenn ich also ein Buch verkaufe, dann verkaufe ich zwar einen körperlichen Gegenstand, aber der Kaufpreis und der Wert des Buches ist nicht identisch mit dem Papierwert, sondern das, was da gekauft und bezahlt wird, ist das, was in diesem Papier verewigt ist. Also die Idee, das Werk, die Kreativität des Menschen, der das Buch geschrieben hat. Und deswegen sind diese Bereiche hier alle gemeinsam Bereiche, bei denen es um nicht den körperlichen Gegenstand, nicht um den Blog oder nicht um das Buch oder um die Musiknoten etc. geht, sondern um körperliche Gegenstände, man sagt auch immaterielle Gegenstände. Deswegen ist der juristische Fachterminus, mit dem man diese Gebiete zusammenfasst, der des Immaterialgüterrechts. Immaterialgüterrecht, weil es eben um immaterielle, um unkörperliche Gegenstände geht. Alle diese Dinge sind also letztlich immaterialgüterrechtliche Aspekte, die man typischerweise so zusammenfasst unter dem Stichwort, unter den Stichwörtern Urheberrecht, Patentrecht, Markenrecht, Musterrecht, Namensrecht vielleicht auch und ein bisschen auch noch Wettbewerbsrecht. Fast alles davon werden wir am Rande betonen. Vor allem werden uns aber diese beiden Bereiche hier beschäftigen, Urheberrecht und Patentrecht. Ein Bereich, den ich vorher genannt habe, der kommt auf dieser Liste hier jetzt nicht vor. Das ist das Datenschutzrecht. Das ist deswegen so, weil man beim Datenschutzrecht sehr lange darüber streiten kann, ob das eigentlich hier drauf gehört oder nicht. Und der Grund, warum man darüber lange streiten kann, ist Ihnen wahrscheinlich schon einsichtig. Der ist nämlich der, dass man beim Datenschutzrecht eben nicht den schützt, der die Daten sammelt. Also anders als beim Urheberrecht oder beim Patentrecht, den der die Idee hat oder das Werk produziert. Nicht den, der die Daten sammelt und verarbeitet, sondern den, von dem die Rede ist, den Betroffenen. Und damit ist das, glaube ich, recht einsichtig, dass das vielleicht ein bisschen was Verschiedenes ist. Die anderen Gebiete gehören ganz klassisch dazu. Um Urheberrecht und um Patentrecht wird es hier sehr stark gehen. Die anderen Felder sind wahrscheinlich für ihren Kontext nicht so unmittelbar richtig und wichtig, aber natürlich für Unternehmen zum Beispiel sehr relevant. Eine ganz wichtige Frage, um das Zusammenspiel jetzt an einer anderen Stelle zu zeigen, die mich juristisch gerade beschäftigt, ist die, inwiefern man Datenschutzverstöße zum Beispiel von großen Unternehmen zum Anlass nehmen kann, wettbewerbsrechtliche Folgefragen zu stellen. Ist also ein Unternehmen, das einen Datenschutzverstoß begeht, damit auch wettbewerbsrechtlich in einer relevanten Weise angreifbar. Das hat einen großen Vorteil des Wettbewerbsrechts aus juristischer Perspektive. Da geht es um richtig, richtig viel Geld. Da können also Milliardenbeträge buchstäblich dann zum Gegenstand eines entsprechenden Verfahrens sein. So, die spielen zusammen, diese Gebiete. Sie spielen zusammen, haben aber unterschiedliche Voraussetzungen, um überhaupt ins Spiel zu kommen. Also die erste Aufgabe, die Sie haben werden, wenn Sie sich überlegen, in welchem Rechtsgebiet bewege ich mich und welches Rechtsgebiet gibt Antworten auf meine Fragen, wird die erste Aufgabe sein, dass Sie sich überlegen, naja, was mache ich gerade? Worauf läuft das hinaus? Und da gibt es einen Grundunterschied wahrscheinlich, den man so auch an den Fakultäten findet. Während die technisch naturwissenschaftlichen Fakultäten typischerweise versuchen, Dinge zu erfinden, produzieren geistes-sozialwissenschaftliche Fakultäten typischerweise keine Erfindungen, sondern sie produzieren Werke. Und das ist deswegen so, weil das, was der Geistes- und Sozialwissenschaftler produziert, typischerweise keine technische Idee, keinen technischen Beitrag liefert, kein technisches Verständnis voraussetzt, sondern stattdessen eine individuelle geistige Schöpfung. Also das, was Sie in den Fakultäten wiederfinden, da die Naturwissenschaftler und die Ingenieure, dort die Geistes-, Sozialwirtschafts- und so weiter, Wissenschaftler. Hier die Humanities-Stored Science hat auch unmittelbare Auswirkungen auf das relevante Gebiet. Die Geistes- und Sozialwissenschaftler bewegen sich hauptsächlich im Urheberrecht. Die Technik- und Naturwissenschaftler beschäftigen sich typischerweise im Patentrecht. Und auch die Rechtsposition des individuellen Wissenschaftlers und der individuellen Wissenschaftlerinnen ist aus diesem Grund sehr verschieden, weil die Position von Urhebern anders ist als die von Patentinhaberinnen und Patentinhabern. Und über all das drüber spielen dann noch solche Dinge wie Marke, wobei das wahrscheinlich, wie gesagt, für Sie nicht relevant wird, außer Sie erfinden was und wollen das dann auch noch Coca-Cola nennen. Und das Datenschutzrecht, wenn Sie mit personenbezogenen Daten arbeiten. Wichtiger Unterschied zwischen Patentrecht und Urheberrecht, also zwischen den Naturwissenschaftlern und den Humanwissenschaftlern, auf dieser Folie ganz kurz zusammengefasst, ohne jetzt hier ins Detail gehen zu wollen, lassen wir uns mal gleich ganz unten anfangen. Das wird unterschiedlich lang geschützt. Und da sieht man schon mal eine ganz elementare Wertentscheidung unserer Gesellschaft. Wenn Sie, wie schon mal erwähnt, wie bei Kafka als Rechtsordnung aufwachen und Sie müssen jetzt irgendwie unterschiedliche Interessen in Gleichgewicht bringen, dann haben Sie auf der einen Seite die Interessen des Urhebers. Fangen wir mal mit dem Urheberrecht an. Der Urheber, wenn wir ihn uns so vorstellen, wie man ihn sich im 19. Jahrhundert vorgestellt hat, ist jemand, der irgendwie unter hohen Entbehrungen allein, so wie Karl Spitzwegs Poet, in irgendeiner Dachkammer sitzt und dort etwas schafft, unter erheblichen Entbehrungen. Dann hat er ein Verwertungsinteresse. Er möchte Geld dafür bekommen, er möchte für Verwertungshandlungen entgolten werden. Alle anderen späteren Urheber, also alle die, die das dann lesen, wollen das allerdings verwenden können, und zwar möglichst frei. Sie wollen das zitieren können, sie wollen das plagiieren können, sie wollen das karikieren können etc. Wie lange soll ein Urheber geschützt werden? Und die Antwort, die unsere Rechtsordnung darauf gibt, in diesem Versuch, Interessen auszugleichen, lautet jetzt 70 Jahre post mortem. If you don't have anything to say, say it in Latin. Also die juristische Antwort ist 70 Jahre post mortem. Urheberrechtlicher Verwertungsschutz gilt 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers oder der Urheberin. Warum 70 Jahre? Weil man gesagt hat, davon soll der Urheber leben können und dann sollen noch zwei Generationen nach ihm die Kinder, und die Kindeskinder sollen noch davon leben können. Im Patentrecht gilt im Prinzip eine ähnliche Konstellation. Wiederum sitzt irgendjemand in einer Dachkammer und erfindet die Glühbirne. Und wiederum hat dieser Mensch ein Interesse daran, dass diese Glühbirne, nachdem er sie erfunden hat, geschützt wird. Und wiederum haben alle anderen ein Interesse daran, diese Glühbirne für andere Dinge verwerten zu können. Und im Patentrecht, grob gesprochen, ist die Schutzdauer anders als im Urheberrecht nicht 70, sondern 20 Jahre. Vielleicht deswegen, weil sich Technik schneller entwickelt als Kreativität. Dort ist es also nur 20 Jahre, aber nicht post mortem, nicht nach dem Tod des Patentinhabers, sondern 20 Jahre nach der Anmeldung. Auch da wird schon ein Gegensatz sehr deutlich. Während nämlich im Urheberrecht der Schutz entsteht in dem Moment, in dem ich das Werk schaffe, also wenn ich in der Badewanne sitze und eine Melodie erfinde, die ich dort vor mich hinsinge, dann entsteht in dem Moment mein urheberrechtlicher Schutz. Im Patentrecht aber entsteht er erst durch die Anmeldung. Also erst, wenn ich irgendwo hingehe und denen sage, Achtung, ich habe da was erfunden, schaut euch das an, denn das ist neu und das ist technisch. Und erst und nur soweit dann, wenn ich auch bereit bin, meine Erfindung offen zu legen. Wenn ich also allen anderen zeige, so funktioniert das, so funktioniert die Glühbirne. Als Urheber muss ich das nicht tun. Als Urheber muss ich nicht sagen, was mich inspiriert hat. Ich muss nicht offenlegen, ob ich eher in der Badewanne oder am Schreibtisch literarisch tätig bin. Im Patentrecht muss ich alles offenlegen. Ich muss transparent machen, was ich tue und werde nur geschützt, wenn ich das getan habe. Während also im Urheberrecht keine Anmeldung erforderlich ist, keine Transparenz erforderlich ist, keine Gebühr erforderlich ist, ist das im Patentrecht genau umgekehrt. Da muss ich mich anmelden, ich muss was bezahlen und ich muss auch entsprechende Gebühren aufweisen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.